Weiter geht's jetzt auf der Mitte 1. Es ist das Finale in der Gewichtsklasse bis 53. Im roten Trikot. Sie vertritt die Farben vom HSV Altenheim aus Südbaden, Annika Wendle. Und ihre Kontraintin, die Titelverteidigerin vom HC Übberat aus Nordrhein-Westfalen. Sie gestartete ebenfalls bei den Olympischen Spielen von Rio, Nina Hemmer. Markenpräsidentin unserer Begegnung, der jenischen Kampfrichter, der Heckele und der Bundrichter, der Adam. Okay. 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 Das macht denen immer gut Spaß. Na, machtene lieber ein spiel. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.